Guten Morgen aus Benf! Bevor wir jetzt nach New York fliegen und Kanada verlassen, wollten wir uns noch einen riesen Wunsch erfüllen. Jetzt wo wir hier inmitten der Rocky Mountains sind, wollen wir einfach nochmal durch die Natur reiten und hier geht es eben ganz gut. Wir sind hier bei den Benf Trail Riders. Im Hintergrund seht ihr das schon. Genau, und wir haben das beide noch nie gemacht, also das wird jetzt spannend. Wir werden eine Stunde am Bow River entlang reiten mit ganz zahmen Pferden, die uns mal heranführen an dieses Gefühl und das haben wir uns wirklich, wirklich gewünscht, dass wir das noch machen können. Das Wetter spielt mit und das ist natürlich klasse am letzten Tag in Kanada. Jetzt haben wir auf unserer Weltreise wirklich so viele Highlights gehabt und waren mit Walhaientauchen, mit Rochenschnorcheln, mit Haienschnorcheln und waren an den schönsten Orten der Welt und jetzt sind wir hier in den Rocky Mountains und reiten durch die sagenhafte Umgebung. Und unser Herz geht nochmal auf. Also das ist schon wirklich ein Wunsch gewesen und den erfüllen wir uns jetzt auch. Und los geht's. We are young, but we are still lost in thought. I feel so empty, like a dreary shadow. In the night the world stops for a moment. I'll continue after a while. The world stops for a moment and won't turn anymore. I just hear your last words, but I don't, I don't understand. Hier sind wir wieder auf der Welt. Aber ja jetzt wird man gewünscht, weil die Leute VR-R-I-Ne-Ja werden? Che Det Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020